Hallo, mein Name ist Nadine. Ich freue mich für das ActiveCity, ein Fun-Zone, der zu unterrichten im Grüß-Pack. Es findet am 8. Mai, halb 7 Uhr, Mittwochenabend, bei jedem Wetter statt. Hey zusammen, ich heiße Meli, bin bei ActiveCity Volker Zier mit dabei. Ich biete euch jeden Zestagabend am 4.7 Uhr hier in der Kurzburg eine Zumba-Lektion an. Ich bin auf 4.7 Uhr hier in der Kurzburg-Lektion an.